Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nankton Menlang eine Ehre, unter der Schirmherrschaft von Tulku Lopsang sechs tibetische Mönche aus dem südindischen Kloster Ganten-Sharze-Soppa-Kangzen einzulaufen. Nankton Menlang unterstützt sie auf ihrer Benefiz-Tournee durch verschiedene europäische Länder. Die Mönche werden unter anderem Sandmandala streuen, Konzerte geben, farbenfrohe Klostertänze aufführen und klösterliche Rituale darbieten. Das Streuen eines Sandmandalas ist eine wichtige, spirituelle Praxis. Aus farbigem Sand werden kunstvolle Sandmandalas erschaffen. Nach Beendigung dieses faszinierenden Bildes wird der Sand zusammengewischt und einem fliessenden Gewässer übergeben, was die Vergänglichkeit symbolisiert. Die Veranstaltungen der Mönche sind eine einmalige Gelegenheit, einen Einblick in die lebendige Klosterkultur zu erhalten. Die Veranstaltungen der Mönche sind eine große Herausforderung. Die Veranstaltungen der Mönche sind eine große Herausforderung. Die Veranstaltungen der Mönche sind eine große Herausforderung. Untertitelung. BR 2018 Die Maskentänze sind ein lebendiges Element des tibetischen Buddhismus. Die ausdrucksstarken Bewegungen, begleitet von rituellen Gesängen, Trompeten und Trommelklängen, zeigen verschiedene Aspekte der buddhistischen Weisheit. Die Maskentänze sind ein lebendiges Element des tibetischen Weisheit. Die Maskentänze sind ein lebendiges Element des tibetischen Weisheit. Die Maskentänze sind ein lebendiges Element des tibetischen Weisheit. Während fünf Jahren wohnte Tulku Lopsang im Kloster Gantenscharze Sokpa Kangzen, um sein Wissen in den klassischen buddhistischen Texten zu vertiefen. Zur Freude der Mönche besuchte Tulku Lopsang im Winter 2010 das Kloster. Tulku Lopsang ist der Direktor von Nanken Menlang, einer internationalen Organisation, die sich für das Vermitteln von tibetischer Heilkunst und der buddhistischen Lehre engagiert. Das Sokpa Kangzen platzt aus allen Nähten. Es werden dringend neue Wohnräume sowie sanitäre Anlagen benötigt. Den Mönchen wurden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, damit sie den Grundstein für ein neues Wohngebäude legen konnten. Tulku Lopsang hatte die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen. Für die Fertigstellung des Gebäudes sind die Mönche auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Sie hoffen, während ihrer Europatournee genug Geld zu sammeln, damit die Bauarbeiten beendet werden können. Wir, Nanken Menlang, Tulku Lopsang und die Mönche sind ihnen dankbar für jede Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017